So bleibt Moses der erste Prophet der Jungen und alle anderen waren Propheten nach ihm und waren es, weil er gewesen ist. Moses, unser Lehrer, heißt es fortan im Volksmund. Lehrer, das ist doch einer, der für alle da ist. Und dieser war es, denn er gab allen die Lehre und das Gesetz, die Tora. Eine Tora hat uns Moses geboten als ein Erbe in der Gemeinde Jakobs, heißt es. Wie könnte es schöner heißen am Ende eines qualvollen, gnadenvollen Weges, der so viele Fragen beantwortet hat und diese eine offen lässt. Vielleicht war das gelobte Land die Wüste. Die Wüste Die Wüste Die Wüste Die Wüste Die Wüste Die Wüste Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020